Vor Augen führen, das waren acht Menschen, die aus ihrem Haus vertrieben worden sind, abgeholt worden sind, nur weil sie andere Rasse waren, nicht rein deutsch, wie die Nazis damals alles aussortiert hatten. Hier sind diese acht Stolpersteine und erinnern an diese Gräueltaten der Nazis. Hier sind die Gräueltaten der Gräueltaten der Gräueltaten.